Hi Freunde, hier ist immer Sonic. Herzlich Willkommen zu einem weiteren... Es... Ja. Und heute fliegen wir mal wieder mit... Heute fliegen wir mal mit der Concorde. Wir sind jetzt schon mit der Concorde geflogen. Let's go. Und heute sind wir mal in London. Letztens waren wir ja... Ja. Ich weiß, dass Taxi-Spiel zu schnell war. Komm schon... Komm schon hoch. Boah, hoch das Ding, hoch das Ding, hoch das Ding. Boah, ich finde schon krass, diese... Das finde ich schon krass, das hier. Dieser Rauchding, das finde ich schon nice gemacht. Ich finde es schon nice gemacht, dass es so Rauch gibt. Und... Und zwar, Leute, falls ihr... Also ich werde sogar mal vielleicht mit der Concorde sogar mal fliegen. Also mit der Concorde werde ich vielleicht mal in einer der Videos mal fliegen. In einer der Videos. Also... Also... Ich werde mal mit... Einige in den Videos mal mit der Concorde fliegen. Und mal gucken, was die denn so drauf hat. Oh, Schnee, der Schneck. Schnee der Autopilot an. Also ich finde die Concorde ist schon ein... Ohohoho! Das war knapp. Das war richtig knapp. Tio, Freunde, dann würde ich mal heute mal ein bisschen die Concorde fliegen. Und dann sehen Sie es bis... Okay, dann sehen Sie es nicht. Abonnieren und Glocke bestätigen. Und Like, das Video ist sehr kostenlos. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao!